Neben mir stehen zwei Session-Besucher. Wir haben eben über Twitter und soziale Netzwerke und Integration in Fachcommunities gesprochen. Was ist bei dir so hängen geblieben aus der Session? Es ist jetzt mein erster, also ich twitter bisher noch nicht, es ist so mein nicht unbedingt erster Kontakt, schon halt von gehört. Ich finde es jetzt sehr spannend und überlege eigentlich auch, wie ich das vielleicht nicht unbedingt privat, aber auch eher im dienstlichen Bereich nutzen kann. Welchen Eindruck hat Twitter auf dich gemacht? Also ich finde es einfach nur spannend, dass man Twitter auch sehr viel reflektierter benutzen kann, als man das so kennt. Also es ist nicht der Shitstorm, den man irgendwie von den Twitter-Seiten kennt, von irgendwelchen Leuten, die ja viel posten und ganz viele Likes und Follower haben. Und man denkt, das sind dann natürlich die, die das beste posten, was hier einfach nicht wahr ist. Und dann, wenn man einen reflektierten Nutzen von Twitter hat, dass es dann auch irgendwie qualitativer ist. Es hat so den Einblick gegeben, wie ich auch selbst meine Community aufbaue oder was ich berücksichtigen muss, wem ich folge, wem ich erst mal vertraue auch. Okay, schönen Dank euch beiden für das kurze Statement.